ja ich hab noch mal ein Stück na dann mal suchen wir es mal solle okay ich habe schon eine ganze weide ich habe das müssen angeguckt und hatten jetzt mal die richtige waffe auswählen vor allem ich hatte nichts mehr leben moin da oben steht auf dem schutzkatheter das ist nicht wahr warum bietet er die schutzkatheter die falsche waffe aus wie kann er die falsche waffe aus wenn die gibt es nur ein nein gibt zwei es gibt ein double action revolver unten eine normale normale pistole deswegen gibt es zwei ok habe ich hier mal bitte hier drin umbring ich komme hier nicht mehr raus ich habe mich daran sagt aber auch stimmst du dich ich denke ich kann es bestimmt nicht haben sagt wo bist du denn die wollen ich habe es geschafft ich habe es reden war klacken ja so 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 es ist nicht wahr ich habe nichts mehr leben gehabt die nächste kugel hat ihr genau auf den kopf gesetzt es hat ja klappen können jawohl Mann! Geht doch. Das ist die Matkelkirche, die hab ich auch! Okay, das war jetzt geil, das war endlich mein Momente. Ja, das war auch ein Moment. Aber genau die Idee hatte ich nämlich auch. Warte. Doch, das war meine, ok. Ich sollte mir jetzt gerade irgendwie hat mir den Kild geklaut hier. so fall ganz langsam um genau so ist gut genau fall ganz langsam umkehren das kann auch sein ja das ist nicht wahr warum siehst du nicht schießt du nicht ah es war richtig glück gehabt gerade du hast auch ein riesen blutfleck hinter der wand diesmal nicht diesmal bist du gerochen das hat der riko auch schon gegen mich sowas gespielt und dinge gemacht kann man da oben das tut ja nicht nein das macht nicht machen so weise gehen wir nicht auf daher sollte ich bitte daher genommen so jetzt bin ich wieder ein bisschen weg vor der auf 6 warum du bist du mir da so was an das ist nicht weil ich wollte gerade aus holen das ist nicht wahr gerade das ist nicht wahr weil ich wollte die baby gerade holen in dem moment der schon ausgeholt zum schlag und trotzdem gekriegt hier habe ich nicht nein hier stand da keff gaming abgebende weise sie sich die eine mehr eigentlich okay so war gut aber sie ist auch umgefallen obwohl ich noch nicht so viel war nicht ich war 18 12 vorneweg und jetzt den kinder habe ich gekriegt ist doch egal du hast ja glaube ich dann geholt ich würde mich schon zu dem momentik Boi, Bibi! Warte, das gibt's auch nicht. Er wurde rausgeschossen! Das ist normalerweise andersrum, so. Irgendwann... Das ist nicht wahr! Ich hätte es haben müssen. Aber egal, ich habe das wegen gehen wollen. Yes! Ja, die Double Action, ich dachte, wenn die als nächster Nähe gut trifft, dann fällt derjenige um. Ja! So, nur noch 4! Ja! 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 Ja!